Leberde in ChetGPT Es war das Tag der Arbeitwochenende und die Straßen von ChetGPT waren voller Menschen, die das lange Wochenende feierten. Die Sonne schien hell und die Luft war erfüllt vom Duft gegrillten Essens und dem Geräusch von Lachen. Im Laufe des Tages beschloss eine Gruppe von Freunden, eine Pause von den Feierlichkeiten einzulegen und in den nahegelegenen Park zu gehen, um dort zu picknicken. Sie breiteten eine karierte Decke aus und ließen sich nieder, um den warmen Sonnenschein und die heitere Umgebung zu genießen. Während sie sich unterhielten und über alte Zeiten plauderten, bemerkten sie einen Mann, der ein paar Meter entfernt saß und konzentriert auf sein Handy starrte. Die Neugier übermannte sie und sie beschlossen, hinüberzugehen und ein Gespräch zu beginnen. Es stellte sich heraus, dass der Mann ein Schriftsteller war, der seit Wochen mit einer Schreibblockade zu kämpfen hatte. Er war in den Park gekommen, um seinen Kopf freizubekommen und Inspiration für sein nächstes Meisterwerk zu finden. Die Freunde, die selbst ein kreativer Haufen sind, beschlossen, dem Schriftsteller zu helfen. Sie begannen, ihre eigenen Geschichten und Erfahrungen zu erzählen, eine inspirierender als die andere. Der Schriftsteller hörte aufmerksam zu und seine Finger flogen über die Tastatur seines Laptops, als er wütend tippte, um endlich seine Schreibblockade zu durchbrechen. Als die Sonne unterging und die Gruppe ihr Picknick zusammenpackte, bedankte sich der Schriftsteller ausgiebig bei ihnen für ihre Hilfe. Er hatte die Inspiration gefunden, nach der er gesucht hatte, und er wollte unbedingt wieder mit dem Schreiben beginnen. Der Tag der Arbeit war für die Gruppe von Freunden und den Schriftsteller mehr als nur ein arbeitsfreier Tag gewesen. Es war ein Tag der Kreativität und Inspiration, an dem sie neue Kontakte knüpften und sich gegenseitig halfen. Und als sie sich trennten, wussten sie, dass jeder von ihnen einen Einfluss auf das Leben des anderen genommen hatte, auch wenn es nur für einen Tag war.